Meine lieben Kolleginnen, meine ebenso lieben Kollegen, ich freue mich sehr, dass Sie wieder dabei sind. Wir werden heute ein bisschen etwas über die zivilechtlichen Grundlagen des österreichischen Wohnrechtes hören. Die älteste Grundlage, die wir haben, ist das ABGB, das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch, das Franz von Zeiler geschrieben hat und das am 01.01.1812 in Kraft getreten ist. Also wirklich schon ein altes Gesetz, 200 Jahre alt. Viel später ist das deutsche Bundesgesetzbuch nämlich erst am 01.01.1900 in Kraft getreten. Aber zurück zum österreichischen Wohnrecht. Was Sie sich im ABGB anschauen sollten, sind die Paragraphen 1090 fortfolgende. Der Titel des Paragraph 1090 lautet der Bestandvertrag. Bestandvertrag heißt nichts anderes als Mietvertrag einerseits und Pachtvertrag andererseits. Was ganz wichtig ist, das ABGB ist ein sehr allgemeines Gesetz und wir haben den zivilechtlichen Grundsatz, dass die speziellen Gesetze immer dem allgemeinen Gesetz vorgehen. Das heißt, das ABGB kommt auch im Wohnrecht nur dann zur Anwendung, wenn wir kein anderes Gesetz finden. Es gibt drei andere Gesetze, die Sie sich wirklich merken müssen, weil die brauchen wir für vieles, was wir als Wohnrechtler machen. Das ist das MRG, Mietrechtsgesetz, das ist das WEG, das Wohnungseigentumsgesetz und das ist das WGG, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz. Das Mietrechtsgesetz enthält Mietrecht. Ganz, ganz wichtig, es gilt nur für bestimmte Bereiche des österreichischen Wohnungsmarktes. Es ist vor allem im dichten städtischen Bereich von großer Bedeutung. Das Wohnungseigentumsgesetz. Im Wohnungseigentumsgesetz finden wir das österreichische Wohnungseigentumsrecht. Also wenn Sie sich eine Eigentumswohnung kaufen, dann gilt das Wohnungseigentumsgesetz. Das Wohnungseigentumsgesetz ist in einer Urfassung im Jahre 1975 in Kraft getreten und wurde im Jahre 2002 novelliert. Das heißt, die heutige geltende Fassung ist das Wohnungseigentumsgesetz vom 1.7.2002. Zum Mietrecht müssen wir noch dazu sagen, wann ist es in Kraft getreten? Anfang der 1980er Jahre. Im Jahre 1982 aufgrund eines Gesetzesbeschlusses des Nationalrates aus dem Jahre 1981 ist das Mietrechtsgesetz in Kraft getreten. Dann fehlt uns noch ein drittes aus den 1970er Jahren. Das dritte spezielle Gesetz ist das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht. Im WGG, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geregelt. Das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz gilt immer dann, wenn ein Gebäude von einer gemeinnützigen Bauvereinigung errichtet wurde. Das heißt, wir haben klare Abgrenzungsmerkmale. ABGB, das allgemeine Gesetz. Es kommt immer nur dann zur Anwendung, wenn wir in den anderen drei Gesetzen nichts finden. Das Mietrechtsgesetz enthält Mietrecht. Vor allem im dichten städtischen Bereich anzuwenden. Das Wohnungseigentumsgesetz, Wohnungseigentumsrecht und das Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht ist immer nur dann anzuwenden, wenn ein Gebäude von einer gemeinnützigen Bauvereinigung gerichtet wurde. Der zweite große Unterschied zwischen dem ABGB auf der einen Seite und den drei speziellen Gesetzen auf der anderen Seite ist, dass das überwiegende Recht im ABGB sogenanntes dispositives Recht ist. Dispositives Recht heißt, es kann durch Parteienvereinbarung abgeändert werden. Wenn wir zwei einen Vertrag abschließen, können wir unter bestimmten Rahmenbedingungen an sich vereinbaren, was wir wollen. So sieht das das ABGB. Wir können einen Mietzins vereinbaren, in welcher Höhe auch immer. Es gibt wenig Grenzen, zum Beispiel den Wucher, der aber in unserer Gesellschaft im Grunde nach keine Bedeutung mehr hat. Auf der anderen Seite haben wir das Mietrechtsgesetz, das Wohnungseigentumsgesetz und das WGG. Diese drei Gesetze enthalten überwiegend zwingendes Recht. Jus Cogens würde der Lateiner sagen. Es kann durch Parteienvereinbarung nicht abgeändert werden. Das typische zwingende Recht in der österreichischen Rechtsordnung wäre zum Beispiel das Strafrecht. Wir können im Strafrecht nicht einfach sagen, ja es ist okay, dass der A den B einen aufs Auge haut, sondern das ist verbönt. Es ist mit Strafe belegt. Wir können nicht vereinbaren, dass das okay ist. Das ist das Wesen von zwingendem Recht. Auch im Arbeitsrecht haben wir viel zwingendes Recht. Wir dürfen zum Beispiel einem Lehrling keine Überstunden anschaffen. Wenn Sie es ihm anschaffen, kann der Lehrling sagen, ich brauche aber keine Überstunden machen und damit hat er Recht. Weil es würde gegen zwingendes Recht verstoßen, wenn wir einem Lehrling Überstunden anschaffen. Im Mietrechtsgesetz, im Wohnungseigentumsgesetz und im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz finden wir jetzt überwiegend so ein zwingendes Recht. Zwingendes Recht heißt also, wir können nicht einfach Mieten vereinbaren, wie wir wollen, sondern wie die Mieten zu vereinbaren sind, in welcher Höhe sie zu vereinbaren sind, in welcher Höhe zum Beispiel Kautionen zulässig sind oder was mit Kautionen zu passieren hat oder wie Wohnungseigentum entsteht oder wie ein Nutzungsgeld im Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht zu berechnen ist, Nutzungsgeld heißt, was zahlt der Mieter einer Genossenschaft, steht im Gesetz. Wir können uns nicht darüber hinwegsetzen. Wenn wir uns darüber hinwegsetzen und gegen das Gesetz etwas vereinbaren, dann gilt immer nur das, was im Gesetz steht und nicht das, was wir vereinbart haben. Also hätte ein Mieter jederzeit die Möglichkeit, wenn wir einen Mietzins im Anwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes vereinbaren, der nicht gesetzeskonform ist, zu sagen, der Mietzins ist zu hoch, er geht zu Gericht oder zur Schlichtungsstelle, das sind besondere Behörden und sagt, mein Mietzins ist zu hoch und dann kann der Mietzins herabgesetzt werden. Das ist der große Unterschied. ABGB allgemeines Recht und überwiegend freies, also dispositives Recht, das durch Parteienvereinbarung abgeändert werden kann. Mietrechtsgesetz, Wohnungseigentumsgesetz und Wohnungsgemeinnützigkeitsrecht, also die drei großen Spezialgesetze, zwingendes Recht, kann durch Parteienvereinbarung nicht abgeändert werden. Das ist einmal das Grundgerüst, in dem wir Wohnrechte in Österreich finden, vom ABGB bis zum WGG. Was da drinnen genau steht, was wir beachten müssen, das sind viele, viele Regelungen, das machen wir einfach beim nächsten Mal. Fabian K realistic. Wir sind also das ge兩個leveraw minutes für Arbeit.